hallo leute willkommen zurück zu dein kraft hier auf der wunderschönen city build bei mir steht wird zwischen den augen und was ich gerade krass wenn man kann sogar hin bis oxenfurt und skyline sehen also bis zu den gebietseingängen und das steht wohl auf dem schild hinter mir wer hat es schon erraten wer weiß es schon creeper war hier alles klar creeper jetzt fangen die an hier rum zu malen was ist denn da los weg zum glück alles klar hier sollte irgendwann mal werbung stehen aber das war alles ein fail jetzt habe ich die macht über die tafel übernommen täglich 150 dämmen durch die müllmann quest genau die habe ich auch lange nicht gemacht party ist toll durch das portalhaus zu den farmwelten hallo was hat mit den augen gemacht die sind aber nicht gerade gesund oder in die spieler klatsche schnell weg so es ist frei zum zeitpunkt der aufnahme und seit einer stunde gibt es das angelevent und ihr könnt hier sehen keine verlosung in fünf minuten bei swab ange event gibt nicht viel fünf minuten habe ich nur ein bisschen um mal mein hallo was ruckelt denn da gerade ich glaube ich hier ruckelt ja immer aber nicht so krass wie jetzt hallo ich glaube der der ertrennt da gerade noch zwei tonspuren von dem video was ich aufgenommen habe gerade zuvor hey jetzt ist aber gut kommen im spawn hat es auch nicht geleckt also gut passt schon jetzt läuft es ja in fünf minuten gibt es auch die ja noch zu kommen die ja join ich habe schon zwei diamanten ich will mehr mehr kann ich nicht habe alle tickets gekauft ich kann und jetzt wäre ich erst mal mein inventar baumaterial stein das ist ja alles aus der küche in will und eventuell pass ich da noch mal was an vielleicht können sich einige schon denken was genau wenn ich dazu kommen werde werdet ihr das sehen oder ihr wisst es aus dem letzten part ich habe das zwar nicht angekündigt aber da hatte ich so eine idee und vielleicht weiß der eine oder andere schreibt sie in die kommentare oder guckt im letzten part vorbei wie ihr bock habt so die kürbisse das sind ja die beleuchteten die tue ich jetzt bei baumaterial material holz rein moment und da habe ich noch die steindruckplatten am ende hole ich das gleich wieder raus wenn ich bauen gehen wird will dort ich habe auch neue musik musik am start wie ihr hören können und schwer ich hoffe es und was sagt eigentlich mein geld ist ein bisschen weniger geworden ist nicht kurz beeilen ich will wissen was es da zu verlosen gibt der wichtigste blick ist immer zu den eisenbacken ja okay da hat sich nicht viel getan und die goldäpfel ist einer weniger geworden flog so hat mir eine sms geschrieben es gibt drei fl xs hier nur mit doppel oder trip trippel und normalem o glaube ich so war das doch oder egal wir gehen jetzt zum angel event ich wollte es eigentlich stream aber dann dachte ich mir naja das ist wieder hier in rosensee da hat aber jemand weitergebaut wer baut denn da da gucke ich gleich auch mal nach das war das worte volle reim der rächer zwei und noch eine sms hier wurden ja die sum sie das weiß ich verkaufen indian naja ich habe zwei ich will die gewinnen wer ist denn hier von ganz okay ist das wirklich neu krass man kann da gar nicht rein man muss durch den hintereingang hier rein ist das so gewollt also ich habe kein schild gesehen dass ich hier nicht rein darf solange es gebaut wird vielleicht ist es auch nicht neu ist es vorher nie aufgefallen aber doch ich glaube schon das war nie da bei den letzten events bei den letzten events hier an dem punkt ob die da jetzt alle in dem dein voice channel sind das war ja hier mal ganz cool hat auch der lindig also der admin lindig da ein bisschen musik gemacht zusammen mit toby und also synetics und winnie was gibt es denn jetzt hier zu gewinnen hallo hat das denn geschrieben der eric toby guck dir hin ja so würde ich nicht rumlaufen du siehst doch nichts abonniere THJG hallo ihr könnt auch mich abonnieren nachdem ihr THJG abonniert habt abonniert einfach alle die auf dein craft zocken und youtuber sind und den offiziellen dein craft youtube kanal auch da guckst du ne da guckt der saagi für unter 2k unter 2k klingt gar nicht mal so schlecht hi jetzt wird es hier schon dunkel in einer minute heißt auch 100 dm ja na 100 dm wäre ja krass so da ist der eric toby der will ja irgendwas verlosen gleich dann mach mal guck mal da floxe floxe ist auch noch der floxe drauf ja guck mal da oben in der dritten spalte 2 unter mir ist der mit dem doppel o und genau dann die sind ja fast wenn das o amt nicht davor wäre werden die alle in einer reihe diese drei boobies die erlauben sich immer was den haben wir da hinten noch ach der saagi der war doch gerade noch hier hab ich den zu sehr genervt tanbite ups hab ich ich hab keine angel dabei einen diamant hat gewonnen flog sie mann ich wollte den gewinnen 44 dm ne dn was ist denn dn ho gs ich will eigentlich wissen was es da jetzt zu gewinnen gibt also jetzt mal ich mach da jetzt wahrscheinlich nicht mit oder soll ich wir gucken einfach mal was gibt's nur zu gewinnen erzähl mal komm raus mit der sprache ein power 1 book nice schon vorbei oh schon vorbei gut tschüss alles klar noch was hatten ne ich geh jetzt extrawürste will ich nicht hätte jemand anders ja auch nicht bekommen so und zwar will ich das hier noch eins da rein setzen und zwar hier hin genau nein schon wieder falsch muss dabei sneaken sonst protecte ich könnte man auch dran schreiben vorsicht heiß mach ich auch den spaß gönne ich mir vorsicht 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 heiß und vier heiß ich schreibe das mit sz wahrscheinlich wird es laut neuer rechtschreibung mit doppel s geschrieben ich weiß es nicht ich habe das eh nie begriffen warum man sowas gemacht hat nur weil irgendwelche lange hä ich hab doch gesneed oh nike has joined your party ihr könnt ja mal schauen wer ist denn die party ist echt glaube ich immer noch die größte oh der floxy schreibt gleich hey mit slash pc kannst du hier schreiben also in der party schreib mal willkommen so und dann muss das hier oben natürlich auch noch versetzt werden das könnte man doch jetzt eigentlich sogar so hinkriegen ne oh mein gott so geht's nicht hä war das nein ist nicht richtig ich glaube ich muss den hier nochmal absetzen so ist das jetzt nein da hinten noch nicht das verstehe ich nicht ich dachte echt mal dass das nicht ging und dann hat es zufällig geklappt jetzt ist das hier vielleicht stören die da oben auch einfach nur so oh hm oder muss ich da drunter was hinpacken nein da hat er es doch nice oh nein ich bin hinten drauf gekommen da drauf so finde ich besser dann läuft man jetzt hier nicht gegen das heiße Grät gegen diesen Ofenblock oder Herdplattenblock warte mal Cerankochfeld ist viel cooler ich habe doch bestimmt noch schwarze Wolle oder ja genug Cerankochfeld wir können einen Backofen bauen mit Cerankochfeld weißt du das ist doch viel geiler juhu finde ich gut und jetzt muss ich nochmal nach Hause ich will da diese ich habe sie nicht mehr die kann man nicht setzen die Trichter oder ne wegen Leck dann meckert dein Leck rum hier dein Leck Hopper sind nicht erlaubt ah du blöder dein Leck nein kann man ja schon verstehen den Hebel könnte ich auch mitnehmen ich nehme noch so ein paar Eisen Gitter mit genauso wie die Werfer die kann ich halt auch nicht bauen schade was wollte ich jetzt ähm Erze oh das reicht nicht wie ging denn dieses Ding nochmal war das so und dann da oben hin da muss ich jetzt aus meinem Shop Eisen klauen Home Alt Stadt uiuiui ok läuft schöne Köpfe habe ich ich habe wirklich nur einen einzigen Kopf abgegeben und zwar von der Osterquest erst habe ich den getauscht und dann habe ich den abgegeben oder besser gesagt getauscht gegen ein Grundstück und dann noch so ein bisschen Geld dafür da muss ich ran das meine ich das ist so cool dass hier überall Workbenches sind Back würde nicht gehen aber wenn ich nur wieder oben Backpack immer dieser Backbefehl habe ich noch Schilder dabei nein die habe ich zu Hause auch ich hoffe ich habe noch welche Holz und die nehme ich auch mal mit eventuell nehme ich die sogar da sind die Schilder sehr gut ah jetzt hätte ich Back machen können egal Slashback wie sehen denn eigentlich die Teile da aus äh falschrum ja alles klar ich denke immer das ist wie Türen deswegen baue ich die immer falschrum sieht das gut aus ich weiß nicht es passt halt nicht hier rein das müsste ich alle so machen und an der Ecke geht es da wieder nicht das ist so blöd weil das dann halt belegt ist der Block können wir doch so machen oder wobei eigentlich da brauche ich ja noch einen Wasserhahn dann machen wir das so damit da der Wasserhahn dran kann so man behilft sich halt ne ja so schön wenn man hier mehr Deko Blöcke hätte also richtig so wie irgendwie so eine Mod so ein Architektur oder Deko Craft generell von Minecraft wäre es cool wenn man so ein paar Elemente bauen könnte andererseits ist es auch so wieder cool weil das die Kreativität der Leute fördert der geht da nicht dran ne so als Regal hey ja warte geht ja gleich los ja ist jetzt halt ein bisschen dunkel hier so das warte mal jetzt mit den Schildern das sieht bestimmt cool aus oder na da kann ich jetzt keins dran machen dann kommt der weg so ich finde die Küche toll was meint ihr oh jetzt spamm ich jetzt werde ich gespammt besser gesagt so rum wer habt dann wer Enderchest Massenverkauf Enderchest Massenverkauf ich gucke da auch gleich nochmal vorbei Mönderpart ist eigentlich schon durch aber ein paar Sekündchen kann ich ja drüber gehen ah irgendwie ich weiß nicht das blöde ist aber komm ich lasse das so weil hier oben sehen die Fackeln doof aus hier sind die schönen an dem Zwischenbalken drin gefällt mir so könnte auch Cleanstone mal ein bisschen mit nutzen aber ich finde das cool ich habe das jetzt hier gut verdeckt mit dem Kühlschrank und hier soll ja der Ice Crusher so sein richtig gut so Warp äh wo ist er denn hey Anna hallo da geh ich ja jetzt komm mal mit ich soll mitkommen wohin oh die Anna hat ein Bild gemalt für mich nice dankeschön das ist toll noch nicht gerade live in der Aufnahme ich wollte nämlich hier dass sie mir so ein Palmenbild malt und hat sie gemacht und mir auch direkt schon hier hingehangen dankeschön gerade weil hier mein Pool ist da ist so ein Palmenbild ganz schön aber gut dann danke ich an der Stelle auf jeden auf jeden so dann danke ich euch an der Stelle fürs einschalten gebt mir einen Daumen nach oben wenn es euch gefallen hat und wenn euch das Bild von der Anna gefällt und das genauso cool findet dass sie mir das gemalt hat und dahin gehangen hat und kommt auf den Server dann könnt ihr auch die ganzen Leute kennenlernen und auch mit mir ein bisschen zocken und vor allem sehen wir uns im nächsten Part wenn ihr wollt hoffe ich doch haut drin bis dahin tschüss